Herzlich Willkommen zu einer Runde Ratchet & Clank. Diesmal geht es eigentlich nur um Arena Kämpfe und das was ihr hier seht ist ein Gameplay von mir zu den Arena Kämpfen. Ich habe es probiert zu kommentieren während ich gespielt habe, aber entweder das Spiel hat darunter gelitten oder mein Commentary hat darunter gelitten. Deswegen habe ich mir entschieden, mache ich das als zusammengeschnittenes Special. Es waren so ungefähr eineinhalb Stunden Aufnahmen, die habe ich jetzt zu 15 Minuten zusammengeschnitten und man sieht das Wichtigste an dem Ganzen. Und ja, ich kommentiere das danach und erzähle ein bisschen plupi plup zu dem Ganzen. Und ja, was man noch dazu sagen kann, ist, es hat mir sehr Spaß gemacht, die Arena Kämpfe zu spielen, aber eben nicht mit Commentary. Ja, gut, was kann man noch dazu erzählen? Jetzt geht es gegen die Kötternsäge, das Todes oder so. Mit ihren Schwebeschuhen und die Waffen macht ihr überhaupt keinen Schaden. Und vor allem, die hat Schwerter keine Säge. Naja, ist ja auch egal. Man sieht, ich bin professionell und bekomme natürlich auch Schaden professionell, so wie das sein muss. Aber ich mache ja auch gut, Schaden. Falls es etwas asynchron ist, es passiert was, so eine halbe Stunde später wenig was drüber, kann es daran liegen, dass ich das mit meinem Programm laufen lasse. Und es, ja, wie sagt man, es ist etwas, bei den Übergängen der verschiedenen Videodateien, es ist etwas, naja, nicht so ganz flüssig, sondern eher so stockend. Ja. Wie lange habe ich jetzt gebraucht, um das hier rauszukommen? Ich bin echt ein Held. ich habe auch gestern schon versucht diese folge nachzusuchen deswegen mag ich das jetzt heute hol ich das heute nach ihr wisst das gar nicht der B2 Brüller der und schießen kann großen oder seine Lieblingsattacke die ich hasse nämlich wenn man da einmal wirklich getroffen wird ist man so gut wie würde ich mal so sagen harmlos mal die neue ins Fertig die ja gut was gibt es noch ich hab mir jetzt ja ich hab das glaube ich letztes um habe ich erzählt dem letzten Jahr zählten z ich habe mir eine neue Maus gekauft, ich will da jetzt auch keine Fremdenwerbung machen, Perix, www.perix.com, sehr günstig, sehr gut, super geil, nein eigentlich, Super Styling, super Mausrad, super Tasten, super geil, und ja dann noch ein Mauspad dazu, jetzt wage ich mich so langsam an die 5600 DPI, ich habe früher immer eine so alte Standard Computer Maus gehabt, die an jedem Standard Computer dran ist, Microsoft war die glaube ich noch, und die hat so langsam gekratzt, geschürft, und ja, hat so langsam die Geist aufgegeben, sie funktioniert, sie war nicht mehr, da bekomme ich auf die Fresse, oder aufs haarige Maul, na egal, ja die habe ich mir jetzt gekauft, und ich wollte mich so langsam an die 5600 DPI ran, dann wollte mein Spiel auch endlich mal besser sein, vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß, also ich mache hier gerade Gladiatorenkämpfe aufs Herzen, merke ich, bei 5 Minuten sind, bei 5 Minuten, das ist doch ein guter Schnitt, und die Folge 15 Minuten, ja, es können natürlich auch sein, dass wir nicht bei 5 Minuten, sondern bei 10 Minuten sind, ja, das ist ja so, ich habe da ja jetzt neue Waffe gekauft, die sieht man nachher erst noch, ich weiß nicht, hat man das ist, ich habe das rausgeschnitten, das dran gelassen, nicht weiß nicht, ich habe gerade nicht auch geputzt, das sehr interessanten, jeden interessierenden Story verwickelt ich könnte natürlich mal auf meine Facebook-Seite gehen was da so los ist aber da ist ja wann war das letzte Mal jemand auf meiner Facebook-Seite wann war ich das letzte Mal auf meiner Facebook-Seite weil sie es selbst nicht mehr so Wartmann kurz bitte Rutsch Wartmann 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 fragen auf welchen Betriebssystem ein die das spiel spielt darf mein nicht so schnell nicht bewegen welch das das ist ja noch nicht mehr das ist ja noch nicht mehr das bleibt und sie zu auch wir haben es und schon nur ab und zu ich könnte ach man hat übrigens die Waffe gerade sehen und jetzt Köln nicht gehen die Ketten sehen und gegen die B2 macht die ganz gut Fertig. Komm, so geht das. Zack. Zack. Komm so, jetzt geh weg, du komisches Tentakelviech. Das ist doch bestimmt aus Japan oder so ein Floh. Oh, jetzt kommt er wieder. Das japanesische Monster. Man sieht das Gehirn. Man sieht Tentakel. Was wird es sein? Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Gegner? Nein, es ist das Tentakelvieh aus Japan. Der B2 Brüller. Tschüss. Und jetzt geht es dem B2 Brüller an den Kragen. Wieso, der ist doch eigentlich gestorben. Na gut, den kann man bestimmt tausendmal wieder neu bauen. Aua. Genau das meine ich. Wenn man da einmal getroffen wird, ist man so gut wie tot. Ich habe es nur zum Glück geschafft. Jetzt bekomme ich wieder 6.000 Poles. Die Menschen da hinten haben viereckige Köpfe. Das wird mir jetzt auf. Ausdauer. Herausforderung. Ja, komm. 20. Dings, Wellen, die werde ich doch noch überleben, oder? Ich hätte in den Shop gehen sollen. Habe ich das für gerne raus zu tun, oder? Nein, ich hoffe doch nicht. Na gut. Ich könnte natürlich auch drüber reden, was aus den alten Projekten geworden ist. Die habe ich aufgehört, denn sie haben mir nicht unbedingt sehr viel Spaß bereitet. Und ich konnte mich einfach nicht mehr dazu bewegen, die aufzunehmen bei der Playstation. Die schließe ich kurz an. Habe keine Probleme mit der Aufnahme. Klicke einfach und mache einfach meine Programme auf. Schließe an. Und drücke dann los. Und dann geht es direkt los. Und dann kann ich labern. So wie jetzt. Und einfach spielen. Das macht einfach Spaß. Aber bei Video Last Light. Das hat sich dann auch so in die Länge gezogen. Ich habe so ungefähr... Ich habe die Hälfte auf der Platte gehabt. Also die Hälfte... Das war noch nicht hochgeladen. Die Hälfte... Davon schon gespielt. Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und ein halbes Let's Play wollte ich euch auch nicht geben. Wenn, dann mache ich es richtig. Und ja. So langsam geht es mir in den Kragen. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Jetzt haben wir noch zwei... Oder drei Herzen. Und nehme ich... Ich nehme ich... Ich nehme ich... Ich habe nicht mehr viel Munition. Aber ich habe noch neun Runden vor mir. Oh oh. Naja gut. Ich werde das irgendwie hinbekommen. Aber ich dachte schon, das sei mein Ende. Jetzt habe ich noch was kleines getrunken. Zwischendurch. Darf man ja, wenn man nachkommentiert. Ich bin eigentlich gar nicht auf der Flucht, oder? Oh Gott. Das werde ich niemals überleben. Und wenn, dann ist das Glück. Oder können. 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 Ja, können. Glück gibt es doch gar nicht. Das ist komisch wie Glück und so. Diese Dinger kann man kaputt schießen. Cool. Wusste ich gar nicht. Also. Mir ist es in der Folge nicht aufgefallen. Als ich gespielt habe. So rum. Wird ein Schuh draus. Wieso? Woher kommt eigentlich dieses Sprichwort? So rum. So rum. Wird ein Schuh draus. Oder kennt das jemand von euch? Wenn nicht wäre das irgendwie sehr komisch. Dass man euch das kennt. Hm. Oh Gott. Ich bin nicht gleich am Ende. So. Jetzt einmal noch eine schöne Waffe aussuchen. Und. Feuern. Eine andere Waffe. Das könnte eine Fehlentscheidung gewesen sein. Schnell. Ah. Ja. Komm. Achso. Ja. So geht es natürlich. auch. Zack. Jetzt geht es mir wieder gut. Jetzt habe ich keine Probleme mehr. Jetzt noch drei Runden. Und dann war es das. Ja. Die Aufnahme geht dem Ende entgegen. Das nächste Mal in der nächsten Folge geht es dann regulär weiter mit nicht nachkommentieren. Was scheint. Ei sache. Naja. Kein gameplays. Und dann ganz normal. Standardlist. Ich kann nicht mehr reden. Was ist dann heute los da?" Ich würde sagen die fand sich gleich. Diese Waffen. Das ist sie aber klar. Und ja, es sind nur noch eine Runde, also es sind nur noch, es ist nur noch eine Runde. Komm, ich will jetzt endlich. Achso, die verwandelt sich gar nicht. In dieser Folge.